Was ist die Arbeiten aus 2006 und die anderen sind eigentlich 2014 und 2015? Im Endeffekt, wenn man rauf geht, ist so ein eigener Raum definiert. In der offenen Halle ist ein eigener Raum definiert. In erster Linie definiert durch eine Tapete, eine gelbe Tapete. Wenn man sich die Tapete näher anschaut, dann handelt es sich um Schnitzel. Die ganze besteht aus ganz vielen kleinen Schnitzeln. Und diese Tapete bezieht sich eigentlich auf diesen Mythos sozusagen oder auf diese Geschichte, dass eigentlich die Panier von Schnitzeln früher sozusagen als Ersatz für Goldblatt war, mit dem man früher in der Renaissance-Zeit Fleisch verziert hat. Und eigentlich hat mich diese Geschichte eigentlich interessiert. Und im Endeffekt ist dann sozusagen diese Tapete hat genauso so einen Goldglanz. Aber sie ist nicht in Gold, sondern sie ist in Gelb und schimmert so ein bisschen dahin. Was interessant bei dieser Panier ist natürlich, ist, dass diese Panier gleichzeitig eine Oberfläche ist. Dass sie sozusagen versucht, etwas anderes zu sein. Sie versucht, Gold zu sein oder etwas anderes. Und diese Oberfläche hat mich in dem Sinn interessiert, wie diese Ornamente und wie auch Tapeten selber Oberfläche sind. Die gesamte Ausstellung oder der gesamte Beitrag von mir befasst sich mit so einer Überlegung, was Oberfläche ist, was Mustern sind. Das ist vielleicht ganz gut zu erklären an einem, an einem Topfpflanzen, die ich gemacht habe. Die sind aus Karton. Das sind Karton-Topfpflanzen. Die imitieren Pflanzen zu sein. Aber sie versuchen nicht, eine Palme zu sein, sondern sie imitieren ganz banale Pflanzen, nämlich Büro- und Hauspflanzen. Die sind aber alle von mir selber als künstlerische Arbeiten gemacht worden. Also sehr banale Pflanzen, die aber sehr mit Detail aus Karton nachgemacht werden. Und diese Serie heißt eigentlich Paris-Syndrom und dann der Name der Topfpflanze. Und gleich ist dieser Begriff Paris-Syndrom auch sehr passend für die anderen Arbeiten oder für diese ganze Zusammenstellung. Paris-Syndrom ist selber so ein Syndrom, das in den letzten Jahren entdeckt worden ist sozusagen. Und zwar an Touristen in Paris. Japanische Touristen, die zum ersten Mal nach Paris gekommen sind und plötzlich enttäuscht werden, dass die Realität, die sie dort sehen, nicht mit ihrem Wunsch kompatibel oder gleich ist. Was mich jetzt nicht interessiert, sind die japanischen Touristen oder warum Paris, sondern eigentlich diese Diskrepanz. Umso größer sozusagen der Wunsch ist und so enttäuschende Realität, umso größer ist dieses Loch. Und ich glaube, diese ganzen Oberflächen handeln von diesem Loch genau in der Mitte. Und so sind auch die anderen Arbeiten. Das heißt, dann ist noch eine andere Arbeit, diese, das Wiener Sitzgruppe. Die ist so gemalt mit einer Lasurtechnik, wo früher die ganzen Zinshäusentüren und die Fenster genau eine Holzglasur drauf haben, die eigentlich Holz wieder imitieren. Das sieht man ganz, in ganz Wien sind diese Häuser so bestückt. Vielleicht zum Schluss noch eine Arbeit, die extra jetzt für diese Ausstellung produziert worden ist, nämlich eine Arbeit, ein Video, das heißt, Becoming European, Oh, How I Grew Up With Wiener Schnitzel. Die bezieht sich natürlich auf die Schnitzeltapete, aber im Endeffekt handelt es sich, meine Geschichte, die ich geschrieben habe, über Lokale, von meiner Kindheit über Lokale. Aber der Hauptteil bei dem Ganzen ist, dass man nicht mich persönlich sieht oder meine persönliche Geschichte, also hört, aber keine Bilder sieht, sondern im Endeffekt sieht man die ganze Zeit, wenn ich sage das Wort Migranten oder Refugees oder Crisis, sieht man, was Google vorschlägt. Also das Populistische, was es gibt, genau in diesem Moment, an dem Tag und dieser Uhrzeit, was Google genau in diesem Moment hineinwirft. Die Arbeit ist extra für diese Ausstellung konzipiert worden. Und ich bin eigentlich recht froh, dass wir das geschafft haben hier. Es gibt dann noch eine Serie von Fotos, von fünf Fotos, die sich mit Projekten beschäftigen oder mit der Beziehung von Projekten, die ich gemacht habe im ökonomischen Kontext. Im Kontext entweder von der geschützten Institution selber, oder als Unternehmen selber. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt sozusagen ein ökonomisches Projekt, wie ein Restaurant oder einen Garten, mit einem Museum mache, der geschützt ist, oder als wirtschaftliches Projekt. Und ich glaube, die Arbeiten haben so, sind zwar in verschiedenen Richtungen, aber haben ineinander sehr viele Querverweise und Links. Das war's. Warszнев Untertitelung des ZDF, 2020